Hallo, ich heiße Yifan Xu. Ich bin acht Jahre alt. Ich spiele jetzt aus. Neun kleine frühe Sonaten. Seite 28, Sonate in D. Robocken XVII D1 Soate in D. Robocken XVII D1 Soate in D. Robocken XXII Soate in D. Robocken XXII Soate in D. Robocken XVII Untertitelung des ZDF, 2020